Dokument mit Kennwort schützen Wenn Sie vertrauliche Excel-Dokumente vor fremden Blicken schützen möchten, ist es sinnvoll, ein Kennwort für das Dokument festzulegen. Klicken Sie dazu auf Datei, Speichern unter und wählen Sie unter Tools den Eintrag Allgemeine Optionen aus. Nun geben Sie jeweils ein Kennwort zum Öffnen und zum Ändern an. Wenn Sie unterschiedliche Passwörter angeben, können Sie für verschiedene Personen unterschiedliche Berechtigungen vergeben. Beispielsweise vergeben Sie Ihren Freunden nur eine Leseerlaubnis und Ihre Familie sowohl Lesezugriff als auch Schreibzugriff. Bestätigen Sie mit OK und geben Sie nun erneut die beiden Kennwörter an, um diese zu bestätigen. Nun gilt es nur noch das Dokument abzuspeichern. Sobald Sie das Dokument wieder öffnen, fordert Sie Excel auf, ein Kennwort einzugeben.